Ehrlich, ist es denn zu viel verlangt, einen Jungen in Unterhose in Ruhe und Frieden sein Comic lesen zu lassen? Tja, leider ist es bei zehn Schwestern wohl so gut wie unmöglich, etwas Ruhe zu finden. Es ist Ihnen so gut wie unmöglich, etwas Ruhe zu finden? Ja. Moment, ja! Dann brauchen Sie die Lärmhin vor 2000 Ohrstöpsel mit zwölf herrlich beruhigenden Klängen. Blenden Sie die lärmende Welt aus und genießen Sie etwas Zeit für sich. Rufen Sie jetzt an. Gekauft! Lieferung noch heute? Was kostet das? Hm. Ist gut, nehme ich. Ah, Lärmhin vor 2000. Hier ist das Geld. Und Lärm? Ich bin eine Puppe zur anderen. Oh, ich bin eine Puppe. hinfort. Wiedersehen, ihr nervigen, lauten Schwestern. Hallo. Zeit für mich. Was immer du sagst, Schwesterherz. Cooler Riffs. So ist es, Lana. Lärmhin fort, ihr seid der Wahnsinn. Warum denn nur für Comics? Lass die ruhige Zeit beginnen. Witzig, echt witzig. Aber sicher doch, Linnilein. Puppe. Aha. Verstehe. Aber sowas von. Danke für den ruhigen Tag, Jungs. Ihr seid meine neuen besten Freunde. Bis zum nächsten Mal.